Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Aus dir kommt immer das raus, was drin ist. Ist Meckern drin, kommt Meckern raus. Ist Hass drin, kommt Hass raus. Ist Liebe drin, kommt Liebe raus. Du bestimmst, was für eine Quelle in dir lebendig ist. In der Quelle von Jesus ist Liebe drin. Und aus Liebe hat er uns allen alles gegeben. Ressourcen in der Not. Das ist bestimmt ganz, ganz schön spannend. Und das ist es auch. Und wenn ich diese Woche eine Fernsehsendung geschaut habe, als ich die geschaut habe, wurde berichtet, wie man jetzt Notfallpakete kaufen kann, wo alles Mögliche drin ist für ein halbes Jahr, für einen Monat, für eine Woche und so weiter. Da kann man alles bestellen, sollte der Fall eintreten, dass man nichts bekommt. Und ja, und was wir erfahren, wir leben in einer Zeit, wo wir Angst haben müssen, dass Pipelines abgestellt werden, dass Öl abgestellt wird, dass Gas abgestellt wird, Strom knapp wird, Wasser knapp wird, Mehl knapp wird und so weiter und so fort. Und wir leben auch in einer Zeit, was ich nie für möglich gehalten habe, dass mal Ausgangssperre in Deutschland stattfindet. Ist schon einige Monate her, aber dass sowas mal stattfindet, hätte ich nie gedacht. Und was macht es aus den Menschen? Sie sind einsam, sie haben Angst und wer ein guter Haushalter ist, der überlegt sich, was kann ich tun? Und man hat in der Vergangenheit alles möglich gemacht, möglich, billig, möglich, wenn es andere tun, wenn es vom Ausland kommt, die Ressourcen, Hauptsache billig, günstig und ich muss nicht viel tun. Und die große Frage wird immer wieder in den Medien gestellt, hast du dir vielleicht auch schon gestellt, warum hat die Regierung nicht vorgesorgt? Mit den Ressourcen, warum hat die Regierung nicht vorgesorgt? Hast du vorgesorgt? Ich meine jetzt nicht, dass du jetzt irgendwie im Keller genügend Dinge hast, ist vielleicht weise, musst du entscheiden. Es gibt Menschen, sogar Christen, habe ich gehört, in Amerika, da kann man Atombunker für den Garten kaufen und solche Sachen. Das ist deine Sache, ob du sowas brauchst oder nicht brauchst, aber hast du vorgesorgt und ich meine für den geistigen Bereich. Und da sind wir eigentlich bei dem Thema, das ich dir heute wirklich, wie soll ich sagen, warm ins Herz legen möchte, weil ich war so begeistert, als ich gestern daran gearbeitet habe. Ja, hast du vorgesorgt für dein geistiges Leben? Wir schimpfen gerne auf die Regierung und auf Leute, die Entscheidungen treffen und wie gesagt, ja, vielleicht haben sie vergessen, vorzusorgen, haben Dinge falsch gemacht, aber heute dreht sich das, hast du vorgesorgt für dein geistiges Leben? Als der Krieg losging, war ich verwundert, weil ich mir immer vorgestellt habe, dass es so einen Krieg nicht mehr gibt. Ich kenne mich einigermaßen gut aus in IT und Internet und man hat viel damit zu tun, weil wir ja auch mit Medien unterwegs sind. Ich habe mir vorgestellt, der schlimmste Krieg ist eigentlich, wenn man Internet ausschaltet, weil dann geht fast gar nichts mehr und Internet platt zu legen ist eigentlich kein großes Kunstwerk und gerade solche Herrscher, die irgendwie was Übles vorhaben, müsst ihr euch vorstellen, Navi geht nicht mehr, Elektrizität geht nicht mehr und so weiter, hängt alles mit dem Internet zusammen und dann da einen Krieg zu führen, wäre für mich der moderne Krieg gewesen, aber er hat anders begonnen, grausam, wie wir wissen, aber was immer möglich ist, zu jeder Zeit, es kann schon sein, dass du heimkommst und es möglich ist, dass kein Internet mehr möglich ist und dann erleben wir im geistlichen Bereich, was wir jetzt auch im Materiellen erleben, du hast auf einmal keinen Zugriff mehr auf deine Lieblingspastoren im YouTube, deine Lieblingssendungen, du hast keinen Zugriff mehr zu deinen Lieben um dich herum, wir auch, also die meisten Familien sind mit WhatsApp oder anderen Messenger organisiert, WhatsApp geht nicht mehr, Telegram geht nicht mehr, dein Fernseher geht nicht mehr, Livestream geht nicht mehr, das alles geht nicht mehr, wenn das Internet ausfällt, im Prinzip nur das Internet ausfällt, was aber in der heutigen Technologie sehr viel lahm legt. Ja, Ausgangssperre vielleicht, du kannst nicht mehr in die Kirche, man bekommt alles Geistige zur Zeit recht günstig übers Internet. Die Predigten, man hat die Bibel auf dem Internet, man hat alles, was irgendwie so geistige Highlights, dann hat man seine Favoriten, wo man sagt, die Kirche, den Prediger, das Ministri. Wir werden geistig über das Internet gefüttert, was nicht schlecht ist, aber fällt das aus, hast du vorgesäugt oder fällst du in ein Loch und sagst, ich bin so einsam. Was mich sehr erschreckt hat, als die Pandemie losging, dass viele Christen wirklich gestrandet sind, weil sie keinen Kontakt mehr hatten, den üblichen Kontakt zu außen und hatten nicht die Erfahrung, wie gehe ich alleine mit meinem Gott um? Und das ist auch heute ein Stück das Thema. Hast du wirklich vorgesorgt? Hast du wirklich vorgesorgt für das Geistliche? In Matthäus 28,20 heißt es, ich bin immer bei euch bis ans Ende, bis, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Immer bei euch? Übers Internet? Ich glaube, als Jesus das gesagt hat, hat er es anders gemeint. Bei uns. Ohne alles. Ohne alles. Weil bei jedem, der Ja zu Jesus gesagt hat, lebt der Heilige Geist. In einem. Und das ist die direkte Verbindung. Immer bei euch. Durch, ja, durch seine Gegenwart. Gott braucht kein Internet, um dir die Fülle zu geben. Glaubst du das? Wir sind dankbar fürs Internet, weil gerade unsere Kirche, unser Missionswerk, wir machen das meiste über das Internet. Die ganzen vielen Menschen, die jetzt auch zuschauen, das ohne Internet geht das nicht. Aber für dich persönlich, für dich persönlich braucht du eine Beziehung. Du hast deine private Quelle in dir, um zu schöpfen. Hast du gelernt, privat zu schöpfen in der Quelle in dir? Oder hast du nur gelernt, links zu kopieren und da reinzuschauen und jenes reinzuschauen und ja, der Predigt, dort kann man Gebetsanliegen abgeben und dort, der tut das, der tut das und das gefällt mir besonders gut und so weiter und wenn man das alles abschaltet, bist du dann wirklich verbunden mit dem König oder bist du einsam? Die ganze Sache ist ein Segen, aber fällt sowas aus, fällt sowas aus, wo bist du? Die Witwe, wo Elisa war, wo alles ausgegangen ist, wir wissen, Öl und Mehl ist ausgegangen, was war da? Was hast du in deinem Haus? Und was hat die Witwe gesagt? Elisa, einen Breitbandanschluss in der Wüste. Nee, sie hat gesagt Gefäße. Und er hat gesagt, hol noch viel, viel mehr Gefäße. Gefäße. Und wisst ihr, und das ist der Breitbandanschluss für dein Leben bist du. Du bist ein Gefäß. Die ganze Bibel handelt davon, das Gefäß, das rein sein soll, das Gott, das Jesus füllen möchte, reichlich und überfließend. Du bist das Gefäß. Du bist der Breitbandanschluss für dein Leben. Ersten Könige 4, Vers 3. Geh und lei dir von den Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu wenige. Gefäße zum Füllen. Gefäße, bereit zu sein, gefüllt zu werden. Nicht einfach nur, ich schaue mal das an, schaue mal jenes an, sondern bereit zu sein, gefüllt zu werden. Wie viele sind voll von tausenden von Predigten, setzen aber nicht eine um. Es läuft über die Information und du weißt alles, alles bis ins kleinste Detail. Aber hast du wirklich Platz für die private Fülle von oben? Für das Private, das Gott dir geben möchte? Bring dein Leben wieder auf den Kommunikationsstandard der Bibel. Und der Kommunikationsstandard ist, wir dürfen in den Armen des lebendigen Gottes liegen. Wir dürfen seinen Atem spüren und in der geistlichen Welt. Und ich sage dir, sitze deine Bodenschätze frei. Hey, Bodenschätze, das ist heutzutage so ein Thema und Deutschland hat ja anscheinend nicht so viel Bodenschätze, also an Erdöl, Gas und so weiter. Man muss sie irgendwo anders holen. Aber ich sage dir, die Bodenschätze, die du für dein Leben brauchst, sind in dir. Wenn du Jesus nachfolgst, sie sind in dir. Tu sie wirklich anzapfen. Und das macht wirklich den Unterschied zwischen einem, der glaubt an Jesus oder nicht glaubt an Jesus. Ist deine eigene Quelle verstopft? Ungebraucht? Unbrauchbar? Ich habe, oder wir haben im Garten auch einen Brunnen. Und der wird immer wertvoller. Der Brunnen in der heutigen Zeit, wo man auch sagt, dass immer mehr Wasserknappheit auch in Deutschland sein soll. Dann freut man sich, dass man einen Brunnen hat. Aber was erlebe ich? Von Herbst bis Frühling brauche ich den Brunnen nicht zum Gießen? Und was erlebe ich, wenn ich im, ja, so März rum wieder die Pumpe reinhänge? Das Wasser stinkt, weil es keine Umwälzung hat. also das Wasser, was noch im Rohr drin ist und was, ja, also drum ist, das Wasser stinkt. Und was ist, wenn ich die Pumpe einschalte? Dann kommt mal eine Minute Sand. Weil durch den ganzen Winter hat es den Brunnen zugeschwemmt und kommt wieder Sand. Und so ist es auch im geistlichen Bereich. Wenn man, wenn du deinen Brunnen, deine Quelle nicht benutzt, fängt es an zu stinken, kommt Staub rein, vorletztes Jahr war eine Blindschleiche drin, wisst ihr, und da sagst du, mh, ja, lecker. Nee, versteht ihr? Der Brunnen, ein Brunnen hat eine Qualität, wenn du ihn pflegst. Ansonsten sagst du, ich habe einen Brunnen, ich habe einen Brunnen. Ja, meine Großeltern haben schon daraus geschöpft und dann gehst du hin und es ist nichts mehr brauchbares da. In 1. Mose 26, 20, 18 heißt es, dort hatten die Philister nach Abrahams Tod alle Brunnen, die er graben ließ, mit Erde zugeschüttet. Isaac ließ die Brunnen wieder aufgraben. Da sind wir ganz nahe dort, wenn wir in unseren Oasentagen sind, das ist ganz nahe dort, man kann sich das vorstellen. Ein zugeschütteter Brunnen hat Wasser, aber du kommst nicht mehr dran. Und er ließ wieder aufgraben und die Philister heute heißen nicht mehr Philister, sondern die Philister heißen heute Bequemlichkeit. Ach ja, ich da und dort und ich schalte mal da ein, schalte mal dort ein. Das darfst du ja auch, aber wenn du nur einschaltest und nur dir alles per Internet reinziehst, dann, wie soll ich sagen, vergammelt dein geistlicher Brunnen. Du hast ein eigener Brunnen, wo du die Verantwortung hast. Es ist deine Entscheidung, keiner zwingt dich dazu, aber ich möchte heute den Punkt da drauf setzen, pflege dein eigener Brunnen in dir, den die Quelle des Lebens. Es ist Zeit, es ist die Zeit, deine eigene Quelle freizusetzen. Gott will, dass die Quelle in dir dich versorgt. Die Quelle in dir, die Quelle des Lebens, die Quelle, die aus dem Heiligtum kommt, dass sie dich versorgt und nicht das ganz Einfache. Klar ist mal schön, was ganz Einfaches zu bekommen, einfach nur aufzudrehen, sagen, ja, kann ich mir leisten, ja, das ist ja nicht zu teuer und so weiter. Aber wenn wir nur aus diesem einfachen Leben vergammelt die eigene Quelle und wenn dann das Außenrum ausfällt, sind wir in Not. Gott hat uns alles für unser Leben gegeben. Glaubst du das? Er hat uns alles gegeben. Für den Zustand der Quelle bist aber du verantwortlich und nicht Herr, ach ja, das geht nicht mehr, jenes geht nicht mehr und da geht nicht mehr und das geht nicht mehr. Oh Herr, ich bin so alleine, sagt er. Ich bin doch bei dir und zusammen sind wir vier, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist und du. Ja. Und du sagst, ich bin so alleine. Ich sage dir, begreife die Quelle, die eigene Quelle, die in Christus ist. Bei einem verstopften Brunnen ist das Wasser immer noch da. Ich glaube, das ist keine große Theorie. Das wissen wir. Das wissen wir. Auch hier unter der ganzen Kirche ist überall Wasser. Die Kirche steht im Grundwasser und wir haben unten extra einen Brunnen, dass wir kontrollieren können, dass das Grundwasser nicht ins Haus läuft. Da ist überall Wasser da. Aber ich kann nur dort zugreifen, wo ich einen Brunnen habe. Und du weißt auch, dass Gottes Herrlichkeit da ist. Du weißt, dass im Sieg vom Kreuz alles bewirkt wurde, dass alles getan wurde und alles für dich bereit liegt. Das ist genauso, wie wenn du weißt, unter dir hat es überall Grundwasser. Du weißt, dass es da ist, aber du bist verantwortlich, dass dein Brunnen funktioniert. Die ganze Bodenschätze für dein Leben sind da, sie gehören dir. Alles, was heißt in der Bibel, alles, was mir gehört, gehört auch dir. Also nicht mir, also meine Sachen, lass da in Ruhe. Gott sagt das. Alles, was ihm gehört, gehört auch dir. Jesus hat das ermöglicht. Euch nützt nichts, wenn ihr meine Sachen habt. Ich habe von allem nur eins und das geht dann aus. Aber Gott hat für jeden alles. Hoffnung bedeutet, wissen, dass die Quelle in dir existiert. Der Glaube ist die Schaufel, die Quelle frei zu schaufeln. Und ich sage dir, in der Bibel steht, dass es sich lohnt, zu graben an der Quelle des lebendigen Wassers. Es lohnt sich zu graben und habe den Glauben. 1. Mose 26, 19 heißt es, während die Knechte Isaaks im Tal gruben, stießen sie auf eine unterirdische Quelle. Und da kommt dann in Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein steiger Strom. Von deinem Inneren ein lebenspendender Strom. Es heißt nicht, von einem Breitbandanschluss wird das fließen, sondern von deinem Inneren, heißt es hier in Johannes, wird fließen, ein lebenspendender Strom. Aus dir wird das fließen und aus dir kommt immer das raus, was drin ist. Ist Meckern drin, kommt Meckern raus. Ist Hass drin, kommt Hass raus. Ist Liebe drin, kommt Liebe raus. Du bestimmst, was für eine Quelle in dir lebendig ist. Es gibt auch die Quelle für Hass, für Neid, für Eifersucht und so weiter. Sei eine Quelle und nicht ein Tanker. Wisst ihr den Unterschied? Eine Quelle gibt, ein Tanker tut nur speichern. Gib her, gib her. Ich brauche sonntags wieder neu, neu für diese Woche, neu. Sonst überlebe ich die Woche nicht. Ist schön, wenn du hier tankst, aber du sollst auch eine Quelle sein, wo du wieder lebendiges Wasser, auch in deinen Nachbarn, wisst ihr, die Liebe zum Beispiel, die Quelle an deine Nachbarn, an deinen Nächsten, weitergeben. Und nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil du sie angezapft hast. Dort möchte, dass wir Kanäle sind und eine Quelle sind und nicht voll Wüstensand von all dem Schrott, was in dieser Welt passiert, gefüllt und du sagst, der eine sagt guten Tag und du blätterst nur raus, was gerade die Weltsituation ist. Stundenweise und das und das und ich meine das und ich würde und so weiter und so weiter, blätter, 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 alles raus. Ja, die Quelle hat nur Wüstensand. Die Quelle, es soll aber Jesus sein, wo Liebe drin ist, wo Kraft drin ist. Ohne die Quelle des Heiligen Geistes in uns versuchen wir es mit externen Dingen. Wir suchen uns da und dort was und da was. Wir brauchen eine Offenbarung, wie wir im Strom leben. Wie wir die Fluttore aufmachen, die Quelle aufmachen, wie wir das freisetzen und ich sage dir, ich sage dir, dein Leben ist geprägt von der Quelle, von der du dich ernährst. Die Quelle, von der du dich ernährst. Ernährst du dich von den Medien, kommt das raus? Ernährst du dich bei Gott, kommt das raus? Ernährst du dich bei verschiedenen Fachgebieten, kommt das raus? Du bestimmst, welche Quelle, welche Quelle lebendig ist. Hast du so ein Zwischending, so eine religiöse Quelle, wo es dann heißt, wenn du nicht so und so bist, dann ist Gott zornig. Das ist auch so eine Quelle, die schnell verurteilt. In der Quelle von Jesus ist Liebe drin und aus Liebe hat er uns allen alles gegeben. Hast du in dieser Welt deine private Quelle mit Jesus? Beseitige die Verstopfungen. Wisst ihr, Verstopfungen können sein, wenn Schmutz drin ist. Ich habe euch von dem Sand erzählt. Dann kann es verstopft sein. Wenn Schmutz, du kannst zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir. Eine verstopfte Quelle kann auch sein, wenn du nicht vergeben kannst. Dann ist die Quelle zu und du hast nichts von dieser lebendigen Quelle. Vergib du deinem Nächsten. Der Heilige Geist möchte dich da inspirieren. Es ist deine Entscheidung, wie deine private Quelle funktioniert. Und ich sage dir, blick nicht auf die Wüste, öffne deine verstopfte Quelle. Blick nicht auf die Wüste drumherum. Momentan, es ist so viel Wüste in dieser Welt, wo alles so quer geht und so unverständlich und so schräg ist. Ich sage dir, öffne deine private Quelle mit Jesus. Die Quelle kommt vom Allerheiligsten und nur deine eigene Quelle bringt dir Sicherheit. Wir haben seit letztem Jahr eine Solaranlage auf unserem Dach und erst dachte ich, ja, war vielleicht ein Fehler, weil man muss unglaublich viele Formulare ausfüllen und mit den Behörden, es ist nicht einfach. Aber nachdem jetzt die ganze Energie die Geschichte ein Thema ist, freue ich mich, dass wir diese Anlage haben. Ich stelle unser Auto neben die Steckdose und bei schönem Sonnenschein lädt das gratis das Auto. Ich fahre praktisch mit Schöpfungsenergie von der Sonne. Mit Schöpfungsenergie fahre ich Auto und ich sage dir, so brauchst du deine innere Quelle, wo du unabhängig bist von all dem, was drumherum passiert, von dieser Strömung, von dieser Strömung, dem Religiösen und das und jenes. Du brauchst in erster Linie deine private, private Quelle. In der Quelle ist das, was du brauchst. Das sind die Wunder, da ist die Rettung drin, Heilung drin, Segen drin, alles ist drin. Es kostet aber den Preis, die Quelle sauber zu halten, die Quelle vielleicht erst mal erschließen. Alles, was in ihm ist, kann auch in dir sein. Du erlebst die Erfrischung mit dieser Quelle, auch wenn es um dich herum staubt. Baue dein Fundament auf diese Quelle, gegründet auf den Felsen, der Jesus heißt. Bringe dein Leben wieder auf den Kommunikationsstandard der Bibel. Und das ist nicht altmodisch, sondern das ist das Aktuellste, was es gibt. Frisches, lebendiges Wasser in unserer Zeit. Geistiges Wasser. Da können sie dir die Pipelines links und rechts zumachen, alles Mögliche zumachen. Du sagst, ich bin gegründet an der Quelle, die Jesus heißt. Amen.